Und damit herzlich willkommen zurück bei The Gunk. Mein Name ist Serneke und wir sind jetzt hier in den außerirdischen Minen und müssen uns jetzt hier einen Weg suchen. Oh, was ist das? Krass. Äh, okay. Also wir haben hier also auch Besuch. Da oben ist Skunk. Skunk? Nicht Skunk. Genau. Okay, kann ich nicht ernten. Aber die hier. Ist hier noch was? Da hinten. So, da haben wir Fasern bekommen. Okay, let's go. Sehr gespannt. Okay. Das ist eine Korruption. Ich hoffe, es ist nichts. Oh, diese nasty Dinge wieder. Oh, okay. Okay, 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 okay. Wir müssen mal gucken hier. Über den Gunk am besten wegzukommen hier. So zum Beispiel. Geil. Okay, nice. Da haben wir noch Materialien. Fünf Metall, danke dafür. Das haben wir hier. Kann ich das scannen? Ähm. Auch noch Metall. Ähm, okay. Gut, außer es geht noch weiter nach oben. Ich suche nur gerade irgendeinen Schalter oder einen Hebel. Dann lasst uns nicht aus. Nein, boah. Shit. Okay, der hat gar nicht geleuchtet. Brauchst du mal wieder runter? Okay, dankeschön. Okay, alles klar. Dann, äh, let's go. Nice. Noch einer? Noch einer? Zähl dich ab. So, wunderbar. Sehr gut. Okay. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und wo halt das Bedienfeld, das haben wir schon mal gescannt. Das geht nicht zu scannen. Ähm. Okay, dann müssen wir den wahrscheinlich hochholen. Geht das nicht? Hallo? Hey. Hä? Okay, mal gucken. Gucken. Müssen wir das vielleicht von hier unten? Das soll mal einer verstehen, ne? Da oben vielleicht das Auge? Weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Da, da vorne. Wieso kommt denn das nicht hoch? Wo ist denn das? Nö. Nö. Okay, haben wir jetzt sozusagen das Bedienfeld eingeschaltet? Oder nicht? Geht das überhaupt? Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Also, als ob wir hier gar nichts tun könnten. Ah. Ne, auch nicht. Das ist nur ein Felsen. Soll aus wie ein Eingang. Ähm. Tja. Das ist nur... Gute Frage. Aber das kommt doch jetzt hoch. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Fährt denn überhaupt noch was hier nach oben? Wie bin ich denn hier hochgekommen? Also, ich bin doch mit dem... mit dem Ding nach oben gekommen, oder nicht? Hier sieht es so aus, als ob gar kein Fahrstuhl fährt. Oder muss ich das eine ausschalten? Das andere einzuschalten? Ich... Keine Ahnung. Aber ich sehe es auch gar nicht. Wo ist denn das Ding? Äh? Ist das irgendwie... ein Fehler im Spiel, oder so? Da unten ist das... Tja. Leute. Also, wenn ich nicht irgendwas hier heillos übersehe... Jetzt mal ganz ehrlich, ist das ein Grafikfehler? Ich probiere es einfach mal, ja? Es ist ein Grafikfehler. Leck mich doch am Arsch. Ich wundere mich die ganze Zeit, ey. Gut, ich habe nichts gesagt. Aber ganz ehrlich, da fällt ihr drauf gekommen. Das war schon ein bisschen gemein, ne? Okay, wir sind oben. Wir gehen einfach mal gucken. Krass, er sieht aus wie so ein außerirdisches... So ein außerirdisches, äh... Flugzeug. Okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Irgendwo muss ja wahrscheinlich noch der... komische... diese Drohne sein, die wir... die wir gefunden haben. Hier ist ein Tor. Hey, schau. Da ist die Drohne. Der sieht echt so gut aus. Alter, was ist das? Wo kommen die her? Alter. Da ist das... Ist das Ding alive in da? Was? Was ist alive? Oh. Wir waren falsch über die Kompetition, Bex. Es ist noch hier. Ich bin... ...und ein von ihnen, jetzt. All right, nicht auf die Dinge. Die... Die Energie scheint zu spüren durch die Maschine mit dem... mit dem... ...den in es. Es tut. Ich kann nur das so gehen. Es braucht Hilfe. Okay, dann muss ich wahrscheinlich den Hebel ziehen. Okay. Hoffentlich machen wir keinen Fehler. Die werden doch bestimmt nicht sehr amused sein, oder? All right. Alter. Was zur Hölle ist das? Just gotta find a way to lower it more. Stupid. Okay. Also wir haben rausgefunden, wie man die absenkt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was das für ein Wesen war, das da in diesem Bottich gefangt gehalten wurde. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Wir werden es herausfinden. Okay. Alter, sieht das gut aus. Jetzt bin ich sehr gespannt. Let's do it. Yes! It's working! Okay, ein Schlauch ist aber da noch dran. Den müssen wir schätzungsweise auch noch abmachen. Okay, dann mal wieder Gunk. Wow. this stuff gets everywhere. Untertitelung des ZDF, 2020 Denk mal auf, ja. Ich werde ein bisschen Müll wegmachen. Brauchen wir nicht, denn wir müssen uns. Fuck. Nein, komm schon. Weg. Komm schon. Okay, wo ist noch was? Da hinten. Das kriegen wir auch hin. Nice. Okay. Sehr gut, haben wir das auch? Jetzt müssen wir... Da hängt er. Was müsste? Wow, das war knapp. Okay, wohin, wohin, wohin? Da hin, natürlich an das engste. Tschau. Tschau. Nein, komm. Ja, ja. Okay. Da ist noch Schmei auch. Dann müssen wir es haben. Jawohl, geil. Okay, erstmal... Ich muss erstmal die Fasern mitnehmen. Sonst noch irgendwo etwas? Nein, haben wir nicht. Okay, dann... Hoffentlich der letzte jetzt. Oh, oh. Heieiei. Das sieht aus wie so ein rissiger Energiese. Let's get you out of there. What's happening? I'm okay, Bex. Tja. Tja. Ausatmusten war. Nein. Ach, fuck. Okay, das ist echt kacke mit diesem Drehen hier. Nice. Haben wir das auch. Weg mit euch im Kind über Zeugs. Okay, das ging easy. Alter, guckt euch mal diesen ganzen Gunk an hier, der hier rumzappelt. Ich bin so ge... Ich... Au. Fuck. Oh, shit. Not good. Not good. Ah, hier ist er. Ah, okay. Okay. Fuss mich nicht. Nice. Okay. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, ich weiß, ich muss ja irgendwie raus. Okay, der ist da hinten. Ah. Das sieht nicht gut aus. Kommt der her? Er hat sich rein. Okay. Na, habt ihr nicht? Yes, geil, oh. Das war knapp, leck mich doch. Hör doch nicht, machen wir ihn ja, ey. Okay, erstmal, erstmal gut. Erstmal looten. Eieieie, ich dachte, wir müssen nochmal machen, aber... Okay, wer ist das? Ich bin gut, beide sind. Was hast du getan? Buh-me. Hang on, ich denke, ich denke, es versucht, zu kommunizieren. Kannst du helfen? All right, just a sec. Uploading the data from the scanned inscription to your translator. There, that should do it. What can I do? The gardener? Okay, dann lass uns mal zum Gärtner gehen. Tal krass. Mal toll gemacht. Was? 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 Is the bunny ready for launch? Bye. Bye. You better stay here. Kurt will take care of you while I'm gone. Excuse me? Kurt's a finely tuned automaton, not a bloody babysitter. Wer nicht wagt, überquere deinen Fluss. Okay. Guck mal, jetzt ist das offen. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Okay, boah, ich bin so gespannt, ob es weitergeht. Ich feiere die Geschichte so hart ab. Ein wirklich, wirklich tolles Spiel ist das. Der Gartenfahrt. Die Turbine. Okay. Okay. Okay, nice. Ähm. Okay, wir müssen das noch ein bisschen. Okay, warte, 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 warte. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Okay, warte mal. Ich muss irgendwie versuchen. Okay. Das passt gar nicht. Okay. Okay. Das funktioniert auch nicht. Ich würde gerne mal probieren, ob ich in den See rein kann, aber ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Kann ich das abschießen? Okay. Nee, ich kann nur weiter. Wow. Oh, das passt. Das stimmt. Oh, das stimmt. Das stimmt. Aber sie sind vielleicht gar nicht. Aber sie werden ja nicht. Und das stimmt. Vielleicht können Sie einfach nur Harry auf? Das stimmt. Soll ich mich nicht. Ich habe das nicht gesagt. Sie werden alle, Miefel, aber auch, nein. Sie werden, okay. Sie wollen mir sagen, was ich dir etwas anderes? Ich werde, was sagen. Dann gehen Sie mit, was ich nicht? Das ist. Und das ist. Nein. Ach, Mist, okay. Jetzt weiß ich aber Bescheid. Wieso passt denn das nicht? Das zurück kannst du auch bitte nicht. Oh, wieso hat es dir nicht gepasst? Verdammt nochmal. Oh, komme ich jetzt hier nicht raus oder was? Oh, das gibt es doch gar nicht. Ich bin noch auch hier raufgekommen. Das ist doch, fuck. Oh, da muss ich glaube ich nochmal laden, ne? Ja, ich muss nochmal laden. Tut mir leid, aber... Hallo? Kann ich nicht laden? Ich kann nicht laden. Ich komme aber auch nicht durch hier. Das ist doch Käse. Ach, doch. Ah. Huh. Okay. Okay. So. Jetzt einmal... Da rein, bitte. Okay. Nein. Das gibt es doch gar nicht. Game over. Jetzt game. Okay. Jetzt komme ich darüber. Das sollte wahrscheinlich eigentlich das Richtige sein. Okay. Dann müssen wir den jetzt so ausrichten, dass ich darüber kann. Warte. Vermutlich so. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. So ist schick. Okay. Ähm. Wo muss es denn rein? Schätz mal in den Blibbergibber. Ha. Sehr geil. Okay. Gut. Und da oben ist bestimmt noch... Danke dir. Dann einmal rein in die Wurst. Okay. Dann müssen wir jetzt... Das Teil nochmal drehen. Wieder gerade. Dass ich da durchkomme. Ah, ist das schön gemacht. Ich mag das. Okay. Okay. So. Ich hoffe, das funktioniert. Sehr schön. Über ein Blibbergibber. Okay. Was hat denn der Gärtner davon? Was macht er hier genau? War der... Energiegeil? War der irgendwie so, dass er... Wie soll ich das sagen? Neuer Ort. Die verlassene Stadt. Wow. Diese Städte sind total übergezogen. War es hier einmal eine Stadt? Mega. Buroneta. Riva. Litsu. Ich bin sehr gespannt darauf. Friedvoller Weg. Okay. Harry, I've reached some sort of bridge. Am I going the right way? Great. I just need to find a way up to it. I just need to find a way up to it. Weg. Ja. Ich will all das Glebber hier haben. Braucht man nicht mehr. Ich will hier. Ich will hier. Ja. Geil. So gefällt es mir wesentlich besser. Okay. Das nehme ich noch mit natürlich. Dieses Basern. Hier noch was hinter. Nein. Geil. Ja. Geil. Weg zur Brücke. Den haben wir. was ich Quote. Es ist ziemlich toll. Du bist. De sagst, dass jeder in der Tüse sind. Nein. Dimmst du es? Das ist. Nein. Du hast du nicht. Nein. Dimmst du es. Okay, wir werden den Gardener auf jeden Fall mal so richtig in den Hintern treten. Aber, meine Freunde, erst in der nächsten Folge. Dann kann ich mich fürs Dabeisein und bis zur nächsten Mal. Ciao, ciao.